Wir zeigen Ihnen die Montage der Aquaproof V-Ecke für den Übergang einer teileingelassenen Wanne, die bündig mit der Wand abschließt. Richten Sie die Wanne final aus. Kleben Sie das Aquaproof zuerst im Wandbereich und dann im Bodenbereich, jeweils bis zur Wannenecke. Drehen Sie die Wanne um, lösen Sie die Folie im Bereich unter der Wanne und kleben Sie das Dichtband um den Wannenrand. Lösen Sie die Folie an einer Seite der V-Ecke und kleben Sie diese bündig an die Wannenecke von unten an die Wanne. Schneiden Sie die Ecke bis zum Wannenrand ein und kleben Sie diesen Bereich um den Wannenrand. Kürzen Sie die überstehende Folie. Drehen Sie die Wanne wieder um und verbinden Sie die V-Ecke mit dem Aquaproof. Ziehen Sie die Folien dabei nacheinander ab. Drücken Sie die Ecke und das Dichtband fest aneinander. Kürzen Sie die untere, überstehende Folie. Die Wanne einsetzen und die V-Ecke zuerst an Wand und dann an den Boden kleben. Entfernen Sie die Abdeckfolie und kleben Sie die beiliegenden Vliespads auf. Das Band und die Ecke mit den Fingern als auch mit einem geeigneten Werkzeug fest andrücken.